Willkommen zurück zu Mario Brazis Ähm, Mikrofon wieder Ja Es passt gerade Äh Ich schreibe jetzt mal hier jemanden, welches Projekt ich gerade am aufnehmen bin Your Braz Bros Bin gerade Am aufnehmen XD Du bist In der Aufnahme Drinnen Soll Soll Ich die Jetzt bin ich zu doof zum schreiben Soll ich die Zuschauer Von Dir Oh Gott Gröl Von dir Grü Sön Fragezeichen Oder Schicke Mir Eine Voice Mail Eine Voice Mail Dann Mach Ich Die Mal An XD So So Ja Er schreibt ja klar Also ich soll euch von vinzen schlitzer grüßen Und mal gucken ob er eine voicemail schickt Ich finde das gerade witzig so nebenbei noch mit dem handy rum zu spielen Es ist zwar Oh er schickt eine audioaufnahme Leute Er schickt eine audioaufnahme Und Die werde ich euch gleich sobald ich dieses level auch pausieren kann Ich werde sie mal abspielen Ich weiß nicht was kommt Das heißt ich bin jetzt live in der Aufnahme drauf Und Ich soll jetzt irgendjemanden grüßen Ja Ich Ich rede gerade mit dir während ich aufnehme Das ist voll toll Es ist zwar unprofessionell Aber es ist voll toll Ich werde dich beim nächsten Battleplatt machen Habt ihr das gehört Habt ihr das gehört Okay Continue So Ich finde es witzig gerade Voll unprofessionell Foxy Es ist mir egal Es ist WAAH Jetzt habe ich so WAAH Jetzt habe ich so heftig gewaht Dass ich erstmal einen Schluck trinken muss Schmeckt gerade komisch Schmeckt gerade komisch Ja das meine ich Wir fangen jetzt immer wieder komplett von vorne an das Level Wenn wir sterben Und Ich hoffe dass seit dem ersten Part der Tidoman als Failcounter dabei ist Und er darf gerne Die Tode die ich mit Absicht dabei geführt habe Mitzählen Oh komm schon Wie fies ist denn der Sprung Weil wenn ich dann sage Ne ich habe nur noch ein Leben lohnt sich jetzt eh nicht Weiter zu machen Ähm Ich könnte hier drüber rennen aber Äh und mich dann mit Absichten in den Tod stürze Zählt auch als Fail Weil ich hätte es ja trotz alledem noch versuchen können Wisse So diesmal nicht Haha Haha Oh mein Gott war das knapp Oh Gott Das war voll knappo Witz Guten Tag Oh Mann Kurz vorm Ziel Kurz vorm Ziel Kurz vorm Ziel Und du bist schuld Du bist schuld Marcel Dass ich kurz vorm Ziel gestorben bin So Hahaha Alles klar Ja komm Ich habe nur noch zwei Leben Das schaffe ich niemals Nie 8-2 ist so mein Everest Gerade Es ist 8-2 ist absolut mein Everest So Okay Jetzt heißt es aber mal ein bisschen Concentration Hier am Step So Das finde ich sehr nett Gerade Lalalalalala Ich kriege wahrscheinlich Jetzt ganz viele Hate-Kommentare Aber das Rima Ist viel besser Als Whatsapp Weil meine ganzen Freunde Haben Whatsapp Und jetzt Ich muss doch Hier Mainstream bleiben Und Sonst kann ich nicht Mit meinen Freunden Kommunizieren Oh wie fies Wie fies Die achte Welt Die ist so schlimm Leute Die ist so schlimm Kann ich nicht ein Cheat Eingeben Dass ich hier mit 7-8 Leben Starten kann Sagen wir mal mit 20 Das würde mir schon helfen Lalalala So irgendein Cheat Wisst ihr So 7-8 Leben Pro Level Das reicht nicht Leute Das reicht nicht Für die achte Welt Okay Jetzt heißt es mal In den Abgrund springen Um 2 Uhr nachts Oh man Ist euch mal aufgefallen Wie schnell die Zeit Da oben runter läuft Das ist mir jetzt mal aufgefallen Ja ich weiß Dass ich da drüber Rennen kann Über diese einzelnen Blöcke Aber Oh Ich Trau mich da nie Es ist einfach so Lalalala Ich bin schon wieder Zweimal Richtig Unnötig Gestorben Ich glaube Hier in 8-1 Gab es Überhaupt Keinen Pilz Na dann spielen Wir halt Pokémon Und fangen uns Nen Knilz Komm Yolo War doch noch nicht so knapp Vorm Schluss Ja doch Hier ist er gleich Oh man Da war der Sprung Und wieder alles von vorne Okay Versuchen wir zu rushen Ich versuche jetzt zu rushen Mit zwei Leben Hab ich nichts mehr zu verlieren So Okay Russian sieht anders aus Oh Gott Naja So gut wie Russian Bisher So in Etwa Zumindest Wo war er Da So Alles klar Jetzt kommt Jetzt kommt da gleich Der Arschloch Sprung Oh Gott Ich fasse es nicht Da ist das Ziel Und das ist so ein richtiges Arschloch Ziel Aber mit nur zwei Leben Werde ich es nicht schaffen Aber das ist Für die Moral Ist es wichtig Dass ich das Level Einfach mal geschafft habe Wisst ihr? Für die Moral Ist es wichtig Einfach mal das Level Geschafft zu haben Acht zwei Ist eine Bitch Acht zwei Ist eine Bitch Acht zwei Ist echt eine Bitch Acht drei Ist aber die größte Bitch Acht vier Ist relativ Einfach Wenn man den Weg Kennt Da müsste ich Da bin ich ehrlich Da müsste ich mich Ich weiß dass ich es In diesem Part Nicht schaffen werde Ähm Müsste ich mich nochmal Schlau machen Wie der Weg war Bin mir auch nicht sicher Ob ich das heute Nacht Noch alles schaffe Aufzunehmen Fertig Komplette Einmal komplett Das Projekt durch Das wäre es natürlich Das wäre natürlich Richtig episch So Die Rush Methode eben Hat eigentlich wunderbar Funktioniert Jetzt funktioniert es Gerade nicht mehr so gut Aber okay Oh fies Ich habe nicht dran gedacht Dass da jetzt Die drei hinterher kommen So Ich liebe es mir Jump'n'Runs Von diesem Spiel anzugucken So nebenbei bemerkt Ach Jump'n'Runs Speedruns meine ich Ich liebe es mir Speedruns Von diesem Spiel anzugucken Ich meine die Rushen dann durch die Warbröhren Direkt in die letzte Welt Aber Das ist ja scheißegal Kann ja jeder machen Wie er will So Jetzt hat mich mein Origin gerade mal Ein bisschen abgelenkt Okay Vorsichtig Und jetzt kommt der Arschloch Sprung Da war er Okay Wie gesagt Wie gesagt Das 8-2 Eine Bitch Aber So weit kommen wir Ja erst gar nicht Okay Ich meine aber Irgendwann hast du So ein Level So oft gemacht Dass du es schaffst Auf Anhieb Ich habe Halsschmerzen Okay Vorsichtig Vorsichtig Ich hasse es Warum sind die Blumen Alle draußen Wenn ich dran Vorbeilauf Aber alle Die sind alle draußen Wenn ich dran Vorbeilauf So Aber da komme ich drüber So 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 Und da ist der Stern Komm her Komm her Stören Ich will dich ja nur Ungern stören Sehr schön Punkte farben So Und da war er Und jetzt wird es Nochmal stressig Am Schluss Lalalalalalalala Und das Auge juckt Und meine Fingernägel Sind dreckig Muss mal Fingernägel Sauber machen Ich habe heute zu viel Im Sand gebuddelt Ach nein Stimmt Ich habe es Eben schon verdrängt Wenn ich ehrlich bin Ja komm Spring den Tod Jawohl Hier war ein Pilz Oder sowas Fies Ein Leben Ey das schaffen wir nicht 8 2 Ist eine kleine Bitch Okay Nein Okay Okay Jetzt stellt euch mal vor Bei der NES Version Hätten wir jetzt von Ganz vorne anfangen müssen Also wirklich das komplette Spiel Das wäre richtig mies Richtig mies wäre das Richtig mies Aber ganz ehrlich Hier waren sie jetzt So Dann Oben entlang So Oh Weil ich mir zu viel Zeit gelassen habe Ganz ehrlich Das war jetzt echt nur Weil ich mir zu viel Zeit gelassen habe Ich lasse mich jetzt dreimal sterben Ich lasse mich jetzt einfach dreimal sterben So Einmal noch ne Ich will es schaffen Mit mindestens 4 Leben Mal in Level 2 zu kommen Aber erst im nächsten Part Ciao So So Untertitelung des ZDF, 2020